Moin, willkommen in Leipzig an der Mockauer Straße. Heute ist der 1. Juni 2022, der erste Tag, an dem das 9-Euro-Ticket gilt. Allerdings sind die befürchteten Schlangen bisher erst einmal ausgeblieben und auf dem S-Bahnsteig können wir die Abfahrt einer S-Bahn nach Hoyerswerda sehen. Das, was da an Fahrgästen wartet und ein- oder aussteigt, das bewegt sich alles im bisher bekannten Rahmen. Wie ihr seht, besonders viele Leute sind da nicht gerade ausgestiegen. So hatte es noch am Abend vorher ausgesehen, am Eingang der S-Bahn und an der Tankstelle in der Nähe. An der Tankstelle sind die Benzinpreise jetzt niedriger als am Vorabend. Es wird auch getankt, aber die befürchteten Schlangen sind ausgeblieben. Wegen Bauarbeiten fährt zurzeit die Linie 9 nicht auf dem Abschnitt bis Tekla, sondern hier fahren die Züge der Linie 1. Übermäßig voll ist die Bahn allerdings auch nicht. Es ist 8.40 Uhr hier am Platz vor dem Leipziger Hauptbahnhof. Schauen wir einmal, wie viele Leute jetzt aus der Straßenbahn aussteigen. Es sind hier eine ganze Menge Leute unterwegs. Das bewegt sich eigentlich aber im normalen Rahmen eines solchen Tages. Hier gehen Leute in Richtung Innenstadt. Das wirkt aber auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich. Und auch aus dem S-Bahn-Ausgang, der hier aus der Tunnelstation zur Innenstadt führt, strömen die Menschenmassen nicht. Um 17.30 Uhr am S-Bahnhof Wilhelm-Leuschner-Platz warten zwar Leute auf dem Bahnsteig, aber insgesamt sieht es auch nicht allzu voll aus. Der große Ansturm kommt wahrscheinlich erst am Wochenende, wenn alle Leute in die Ausflugsgebiete fahren. Die S6 nach Borna ist zwar gut besetzt, aber keines Weges übermäßig voll. Auch in dieser Straßenbahn nach Dölitz brauchte kaum jemand zu stehen. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. MDR 2021 Vielen Dank.